Aber in der Bibel und in dem Koran kann ich mir beweisen, dass er wieder als Christus noch als Jesus gekreuzigt wurde. Wieder noch. Das heißt, wortwörtlich haben sie ihn wieder gekreuzigt noch getötet. Die haben also den Menschen, Jesus, der dort in deren Umgebung gelebt hat, den haben sie am Kreuz gesehen und haben gesagt, wir haben ihn umgebracht. Richtig oder nicht? Haben die gedacht, ja. Haben die gedacht. Ja. Also da hing jemand. Das war aber nicht Jesus. Den hielten sie für den Jesus. Nein, laut Bibel war er Jesus. Nein, nicht laut Bibel. Jetzt laut Koran. Es erschien Jesus. Was ist in ihnen denn erschienen? Ich kann dir, wie ich dir gesagt habe, ich kann dir übereinstimmend aus beiden Quellen zeigen, dass Jesus gehangen hat, aber nicht gestorben. Du kannst mir beweisen, dass Jesus... Also du würdest bestätigen, dass die Juden den wahren historischen Jesus Christus auf dem Kreuz gesehen haben? Also laut Koran. Richtig. Ah, siehst du, jetzt kommt mal der Sache durch und her. Das wollte ich wissen von dir. Im Koran gibt es eine Hauptinformation, sie hat mich weder getötet noch gekreuzigt. Oder weder gekreuzigt noch getötet, sondern Gott hat ihn zu sich, also gerettet, emporgehoben. Beides. Jesus und Christus. Aber Hamza, du hast doch vor einer Minute gesagt, du würdest mir erklären, dass er gekreuzigt wurde. Und jetzt sagst du, dass er nicht gekreuzigt wurde. Er hat schon... Nein, er hat... Nein, nein, er hat gesagt... Wieder hörst du deine Uhren oder mit... Womit hörst du, wenn man mit dir... Ja gut, ich spule das zurück. Wenn ich mich geirrt habe, werde ich mich entschuldigen in den Kommentaren. Ich werde mich entschuldigen in den Kommentaren. Ich werde nochmal zurückspulen und wenn ich falsch liege, werde ich mich entschuldigen in den Kommentaren. Vom ganzen Herzen, Hamza. Du brauchst du die Entschuldigung. Aber ich meine, man kann auch falsch liege. Nein, nicht laut Bibel. Jetzt laut Koran. Es ist erschienen in Surah. Was ist Ihnen in der Schiene? Ich kann dir, wie ich dir gesagt habe, ich kann dir übereinstimmend aus beiden Quellen zeigen, dass Jesus gehangen hat, aber nicht gestorben. Amen.